Hören Teil 1 Sie hören drei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Ist die Aussage dazu richtig oder falsch? Und welche Antwort A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 22 bis 27 auf dem Antwortbogen. Sie hören die Gespräche einmal. Nummer 22 und 23 Guten Tag, hier ist Peter Schmidt von der Firma Glasklar GmbH, einem Unternehmen für Fenster und Wintergärten. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir interessieren uns für die Räume, die Sie auf Ihrer Seite im Internet anbieten. Unsere bisherige Werkstatt wird langsam zu klein, da unser Geschäft zum Glück sehr gut läuft. Sie bieten die Werkstatträume im Gewerbepark Ost doch zum Kauf an, oder? Ja, das stimmt. 250 Quadratmeter und zusätzlich Büroräume in einer Größe von 35 Quadratmetern. Außerdem natürlich WC-Anlagen. Die bieten wir zur Miete oder auch zum Kauf. Darüber müssten wir dann genauer sprechen. Befindet sich auch eine Küche oder wenigstens eine Kochzeile in den Räumen? Bislang nicht. Nur ein Kaffeeautomat und ein kleiner Kühlschrank. Aber alle Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorhanden. Das wäre also machbar. Das hört sich doch schon mal gut an. Es wäre auch Platz, um einen Umkleideraum einzurichten, falls Sie so etwas benötigen sollten. Das ist gut zu wissen. Aber das wird für uns eher nicht erforderlich sein. Ist die Werkstatthalle gegebenenfalls erweiterbar? Ja, auf dem Gelände ist noch relativ viel Platz. Vor der Halle befindet sich ein großer Parkplatz, der könnte zum Teil aber auch für eine Erweiterung der Halle genutzt werden. Es sei denn, Sie brauchen viele Stellplätze für Fahrzeuge. Augenblicklich befinden sich auf dem Parkplatz ungefähr 50 Stellplätze. So viele Fahrzeuge haben wir nicht. Und Publikumsverkehr haben wir auch eher selten. Von daher könnten wir den Parkplatz für eine Erweiterung verwenden. Das klingt alles sehr gut. Ich stimme mit meinem Chef einen Termin für eine Besichtigung ab und melde mich nochmal. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer 24 und 25 Hallo, Ola. Fährst Ines aus der IT-Abteilung. Hallo, Ines. Gerade habe ich zu meinem neuen Kollegen gesagt, ein Glück, dass wir morgen endlich die neue Software aufgespielt bekommen. Die alte ist inzwischen so langsam, dass man kaum noch richtig arbeiten kann. Ja, also Olaf, leider wird das morgen nichts, dass etwas mit der Lizenz schiefgelaufen. Deshalb haben wir noch keinen Zugriff auf die Programme. Das müssen wir leider erst noch klären. Oh nein. Das ist aber... Ja, es ist blöd. Deshalb will ich mit dir aber kurz besprechen, was denn in den nächsten Tagen in deiner Abteilung ansteht, damit wir gemeinsam einen Ausweichtermin für die Installation finden. Wie war das nochmal? Die Installation und Einrichtung dauert drei Stunden, oder? Ja, ungefähr. Wir können es leider nicht über Nacht machen in dem Fall, weil es nicht vollautomatisch läuft. Nacheinander wäre möglich, sodass nicht alle Rechner gleichzeitig ausfallen. Aber es wäre gut, das an einem Tag mit relativ wenig Betrieb zu machen. Hm. Kommenden Montag und Dienstag sieht es nicht so gut aus. Wir haben ausnahmsweise schon am Mittwoch unsere Abteilungsbesprechung. Weil ja Donnerstag der Feiertag ist. Die dauert mindestens zwei Stunden. Und in der Zeit brauchen wir die PCs nicht. Wie wäre es also am Mittwoch? Super. Ich trage es ein. Übrigens hat sich doch nochmal was wegen der Schulung für die Software geändert. Die sollte ja erst virtuell stattfinden. Aber nun komme ich doch direkt zu euch in die Abteilung. Und wir gehen alles zusammen durch. Das ist mir vor Ort sogar lieber. Dann können wir... Nummer 26 und 27 Hallo, ich bin Rainer. Wir haben uns ja neulich schon kennengelernt. Nach meinem Vorstellungsgespräch. Richtig. Es ist so toll, dass es geklappt hat. Ich mochte eure Schülerbetreuung sofort. Und die Konzepte zum Lernen und Spielen gefallen mir hier wirklich gut. Das freut mich. Dann komm einfach mal mit. Ich zeige dir heute nochmal alles in Ruhe. Also, hier rechts haben wir die Kleiderhaken und daneben, wie du siehst, kleine Schließfächer. Achte unbedingt darauf, dass die Kinder morgens ihre Wertsachen und auch Handys da einschließen. Handy? In der Grundschule? Tja, ich wundere mich auch. Zum Glück ist es die Ausnahme und nicht die Regel. Wir möchten aber gar keine Handys in den Gruppen haben. Das verstehe ich. Und dann gibt es morgens zuerst Frühstück, oder? Also, wir haben ja ab 7 Uhr auf und um halb 8 gibt es Frühstück. Aber daran nehmen nicht alle Kinder teil. Das kann man flexibel von Woche zu Woche anmelden. Hier an der Wand hängen die Listen. Darauf steht, wer zum Frühstück kommt. Und ganz wichtig, bei allen Mahlzeiten decken die Kinder ihren Platz alleine ein. Und räumen auch Teller und Besteck selbst ab. Das klingt vielleicht etwas streng. Das hatte ich schon im Vorstellungsgespräch gehört. Und ehrlich gesagt, kann ich das absolut nachvollziehen. Sonst tanzen die einem ja später auf der Nase herum und wollen immer bedient werden. Ja, genau. Fürs Mittagessen hängen dann aber keine Listen an der Wand, oder? Das bekommen doch alle, habe ich gehört. Das hast du richtig gehört. Listen gibt es aber trotzdem. In dem Fall dann aber zu Unverträglichkeiten. Wer vegetarisch ist. Oh, das ist natürlich auch wichtig. Dann machen wir mal weiter. Hören Teil 2 Sie hören vier Gespräche. Welcher der Sätze A bis F passt am besten? Zu welchem Gespräch? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 28 bis 31 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Gespräche einmal. Vielen Dank. Nummer 28 Guten Morgen, Carla. Wie war der Nachtdienst auf Station? Ach, es ging. Es war ziemlich ruhig. Trotzdem freue ich mich auf nächste Woche, wenn ich wieder Frühdienst habe. Müde bin ich trotzdem. Hast du Probleme mit dem Schlaf wegen der wechselnden Schichten? Das würde ich nicht sagen. Ich weiß, dass einige Kolleginnen dadurch aus dem Tritt kommen. Aber mir geht es eher darum, dass ich gerne früh am Tag Feierabend habe. Dann kann ich noch viel erledigen. Das geht mir genauso. Nach dem Frühdienst ist noch jede Menge Zeit, auch um Freunde zu treffen oder so. Richtig. Das gefällt mir auch. Nummer 29 Na, ihr beiden. Wie war's gestern Abend im Laden? Ziemlich ruhig. Hm. Jawus konnte sich ganz auf sein Handy konzentrieren. Ja. Ich weiß schon, warum ich samstags arbeite. Du hast ja auch keine Tochter, die sich dann über deine Arbeitszeiten beschwert. Naja, das stimmt zwar. Aber meine Eltern würden mich auch gerne öfter zum Essen bei sich haben. Das wird nicht klappen, wenn du dich immer freiwillig für diese Verkaufsschichten einträgst. Es bringt halt mehr Geld als werktags. Und ich bin echt knapp bei Kasse. Tja, so ähnlich geht's mir auch. Deshalb nehme ich dann doch noch alle verkaufsoffenen Sonntage mit, wegen der Zuschläge. Aber meine Tochter bleibt schon etwas auf der Strecke. Nummer 30 Hast du schon gehört, dass bei uns demnächst Gleitzeit eingeführt werden soll? Na, endlich. Dann wird's eine Kernarbeitszeit geben. Das ist überfällig. In ein paar Abteilungen kommen manche Leute im Moment ja, wie es ihnen passt. Stimmt. Vielleicht ist das auch der Hintergrund. Ich hatte schon ein paar Mal Kunden am Apparat, die sich aufgeregt haben, weil sie ihren Ansprechpartner nicht erreichen konnten. Zum Beispiel den Müller. Genau. Der kommt irgendwann spät am Vormittag, macht dann gleich wieder Pause. Keine Ahnung, wann der überhaupt arbeitet. Genau das ist es. Man muss in einer Firma doch sicher sein können, wann jemand am Arbeitsplatz ist. Und mit der Kernarbeitszeit gibt es verbindliche Vorgaben für alle. Nummer 31 Hallo Christian. Hallo Andrea. Wie war euer Wochenende? Ach, ganz okay. Aber meine Kinder haben sich mal wieder beklagt, dass wir so wenig Zeit für Ausflüge haben. Hattest du Wochenenddienst? Nein, das nicht. Aber mein Körper braucht immer einen Tag, um sich zu erholen. Meine Arbeitszeiten wechseln ja ständig. Und ich dachte, ich bin die Einzige, der es so geht. Für mich ist das auch schwer. Manchmal wache ich um drei Uhr auf und denke, es ist schon Vormittag. Stimmt. Das Unregelmäßige ist nicht so gut. Es wäre leichter, wenn man immer nur am Abend oder in der Nacht arbeiten müsste. Ende des Tests. Hören Teil 2 Hören Teil 3 Sie hören gleich eine Präsentation. Dazu gibt es vier Aufgaben. Welche Lösung A, B oder C passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 32 bis 35 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Präsentation einmal. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Wie Sie wissen, steht demnächst eine Umstrukturierung unserer Abteilungen an. Es wird dann auch neue Teams geben. Die bisherigen Teams werden teilweise erweitert, sodass Sie einen größeren Arbeitsbereich benötigen. Wir möchten aber unsere aktuellen Büroräume nicht wechseln, denn die Lage ist ja wirklich optimal für uns. Ja, Herr Stork? Wenn wir in diesem Gebäude bleiben, könnten wir eventuell mal über ein paar Änderungen, wie neue Wandfarben oder so, sprechen. Wir sind ja schon über fünf Jahre hier, ohne dass es in der Zeit neue Bodenbelege oder Farbe an den Wänden gegeben hätte. Darüber können wir gerne demnächst reden, Herr Stork, klar. Aber jetzt geht es erstmal darum, wer in Zukunft wo arbeiten wird, also wie die Büros demnächst belegt werden. Der Empfangsbereich wird sich nicht ändern und auch für Mitarbeitende im dritten Stock ändert sich wenig. Dort ist ja die Buchhaltung und das bleibt auch so. Anders sieht es beim Serviceteam aus. Unsere Kunden legen Wert auf eine gute Beratung und zahlen dafür auch mehr. Deshalb mussten wir das Team erweitern. Frau Wolter, Sie sind ja schon lange in dem Team. Wollen Sie das kurz erläutern? Ja, gerne. Unsere bisherigen Büros waren sehr nah am Eingangsbereich. Das war früher wirklich praktisch, als unsere Kunden häufig und persönlich zu uns kamen und dann nicht lange durch die Firma laufen mussten. Mit der Zeit hat sich das geändert. Wir haben auch immer mehr internationale Kunden und beraten immer häufiger telefonisch oder per Videokonferenz. Dafür ist es direkt am Eingang und nur mit den dünnen Trennwänden im Großraum zu laut. Da ist es besser, wenn die Räume eher abgeschieden sind, sodass man die Gespräche ungestört führen kann. Genau, deshalb wird das Team jetzt in den vierten Stock umziehen und dort am Ende des Gangs mehrere kleine Räume haben. Verstehe. Deshalb müssen meine Leute aus dem Verkauf jetzt aus dem vierten Stock ausziehen. Korrekt, Herr Stork. Sie und Ihr Team werden von ganz oben dann in den ersten Stock ziehen. Auf Ihren und den Wunsch Ihrer Mitarbeiter hin werden die Einzelbüros dort zusammengelegt, denn so war das ja auch im vierten Stock. So, sind denn... Entschuldigung? Ja, bitte, Frau Teslin. Ähm, im ersten Stock ist aber doch das Lager, oder nicht? Einen Moment, Frau Teslin. Dazu komme ich gleich. Sind denn erstmal Fragen zur bisherigen Verteilung? Nein? Gut. Dann gibt es noch eine wichtige Änderung. Frau Teslin hat ja gerade schon das Lager angesprochen, das bislang im ersten Stock war. Der Bedarf nach Lagerraum ist bei uns ja nicht sehr hoch. Im Wesentlichen hatten wir dort Bürobedarf gelagert. Diesen Platz wollen wir nun für Büroräume nutzen und das Lager in diesem Haus ganz aufgeben. Alles, was wir an Material in den Büros brauchen, wird ab jetzt nach Bedarf eingekauft, also wirklich nur das, was Sie brauchen. Das schärft ja auch den Blick dafür, ob etwas wirklich notwendig ist. Was noch im Lager ist, wird verteilt oder entsorgt. Die Möbel werden wir im Keller aufbewahren. Aber im Keller ändert sich sonst nichts? Richtig. Bei den Heizungsräumen und der Hausmeisterkammer bleibt alles beim Alten. Und der Hausmeister bleibt auch? Natürlich. Was sich aber noch ändert, ist, dass es ab kommendem Monat eine eigene Abteilung für Qualitätssicherung gibt. Das hat bislang ja Frau Teslin alleine gemacht. Ich habe es zumindest versucht. Natürlich nicht. Ich habe es zumindest versucht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Carsten, hier ist Ulf. Ich habe ein kleines Problem. Ich muss dringend zu einem Kunden. Der hat seit heute Mittag keinen Strom im Haus. Das soll ich bis um 4 Uhr prüfen. Jetzt finde ich in der Werkstatt aber den Spannungsmesser nicht. Ich suche schon seit einer halben Stunde. Ich will deswegen heute echt nicht schon wieder Überstunden machen. Du hattest den Spannungsmesser doch heute Morgen mit zu deinem Termin genommen, oder? Wäre super, wenn du dich umgehend bei mir meldest und mir sagst, wo ich das Ding finde. Vielen Dank. Nummer 37 Guten Tag, Nina Hertel von der Hertel Gebäudereinigung. Ich hatte letzte Woche bei Ihnen die elektrischen Fensterputzgeräte bestellt. Die Lieferung war wohl zuerst falsch adressiert, deshalb kamen die Geräte erst gestern an. Aber das war nicht so schlimm. Die Hauptsache ist, dass die Lieferung vollständig war. Wir wollten die Geräte gleich ausprobieren, aber alles war nur auf Englisch und Chinesisch beschrieben. Könnten Sie uns noch eine deutsche Version schicken? Wenn die Geräte das halten, was sie versprechen, werden wir sicher noch mehr brauchen. Dann melde ich mich wieder. Danke. Nummer 38 Hallo, hier ist Lotte. Ich stehe gerade vor dem Feinkostladen Nolta am Marktplatz, um den Präsentkorb für unseren Chef zum Geburtstag zu bestellen. Leider gibt es ein kleines Problem. Das Geschäft hat gerade 14 Tage Betriebsferien. Hier können wir den Korb nicht bestellen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier noch einen anderen Feinkostladen gibt. Weißt du das? Bevor wir lange über ein anderes Geschenk diskutieren und uns am Ende doch nichts Besseres einfällt, frag mal schnell rum und ruf mich an. Danke. Nummer 39 Hallo, Paul hier. Wegen unserer Teambesprechung morgen ab 8. Ähm, ich muss morgen früh erst mal zu der Baustelle in Höch fahren. Die haben da ein Problem. Damit wir unseren Termin aber nicht verschieben müssen, würde ich euch bitten, ohne mich zu beginnen. Susanne vertritt uns ja diese Woche auf der Messe in Berlin und ist nicht da, aber Peter kann die Besprechung leiten. Er berichtet ja sowieso als Erster über seine Projekte, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Um halb neun bin ich dann auf jeden Fall auch da. Nummer 40 Hi Luisa, hier ist Fred. Ich habe gerade die Unterlagen zusammengestellt, die die Chefin haben wollte. Sie will, dass ich ihr alles per E-Mail schicke. Aber die Dateien sind wahnsinnig groß und das klappt nicht. Ich habe Markus aus der IT-Abteilung angerufen und er meinte nur, ich solle die Dateien komprimieren. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Er hat keine Zeit, mir das zu zeigen, aber ich muss das unbedingt bis zum Feierabend hinkriegen. Vielleicht kannst du mich zurückrufen? Er hat keine Zeit, mir das zu zeigen, aber ich muss das unbedingt bis zum Feierabend hinkriegen. Ende des Tests Hören Teil 4 Hören Teil 4 Hören Teil 5 Hören Teil 5 Vielen Dank.